Mein Name ist Prof. Dr. Dr. Claudius Schikora. Ich bin hier an der Fachhochschule zuständig für Medienmanagement und habe weitere Vorlesungen wie zum Beispiel Eventmarketing, Businessplan oder auch verhandelnden Gesprächsführungen. Also ich habe eigentlich direkt nach Ende meines Studiums schon die ersten Lehraufträge wieder angenommen, damals in München und in Rosenheim. Und 2004 habe ich von der neu gegründeten Fachhochschule in der Süddeutschen gelesen und habe mich dann direkt initiativ hier beim Präsidenten beworben, ersten Gespräche geführt und wurde auch gleich angenommen. Also das Wichtige bei uns an der Fachhochschule ist ja angewandtes Management, das heißt Praxis, Praxis, Praxis und genau das versuche ich reinzubringen. Das heißt, alle meine Praxiskontakte, sei es beim ZDF, ProSieben, Yahoo etc. zu nutzen, um Projekte für und mit den Studenten zu machen. Es ist halt was anderes, ob man das Ergebnis einer Präsentation an der Hochschule vor den Professoren und Studenten darstellt und darlegt oder vor der Geschäftsleitung von ProSiebenSat.1. Also ich glaube, der größte Vorteil, den Sie haben können bei uns an der Fachhochschule ist, durch unser semi-virtuelles Studiensystem können Sie sich zeitflexibel einteilen und können Praxiserfahrung sammeln. Und das sollten Sie nutzen. Studieren Sie bei uns und arbeiten Sie nebenbei in den Medienunternehmen, in die Sie auch dann beruflich einsteigen möchten. Das ist der große Vorteil. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017